Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um die neu erschienene GTA Online Event Woche, wie jede Woche Donnerstag. Und ja, diese Woche ist eine kleine Halloween Woche, weil heute ist ja Halloween. Und darum gibt es einige Fahrzeuge für Halloween und Masken und so. Und ja, so bleibt am besten wirklich bis am Ende des Videos dran, um wirklich nichts über die aktuelle Event Woche zu verpassen. Und dann fange ich jetzt auch an. So, als erstes ist ein neues Motorrad in den Spielen zugefügt worden. Und zwar ist das die Western Rampage Rocket. Die seht ihr hier gerade vor mir. Und die kriegt ihr bei Legendaries Motorsport für ungefähr 900.000. Und ja, über das Motorrad wird auch noch in Zukunft ein Video kommen. So, dann gibt es neue Artikel im Casino Store, wie jede Woche. Und da gibt es diesmal auch so Halloween Gegenstände, also so Gemälde und so. So, dann gibt es einen neuen Überlebungsmodus. Und zwar gibt es einfach neue Maps bei den Überlebungskampfmodus. Und zwar so Alien Maps. So, dann kommen wir jetzt auch zu den doppelten Verdienstmöglichkeiten. Es gibt doppelt GTA, Loll und RP auf die neuen Alien Überlebungskampfkarten. So, dann auf die Gegner-Modus Schlitscher, Schlächer, Last of Demons, Condiment, Come, Autoplay und Bestia vs. Schlitzer. So, dann könnt ihr euch diese Woche zwei T-Shirts freischalten, wenn ihr euch einmal in GTA Online einloggt. Und zwar einmal das Invade und Perseid Hero T-Shirt und das See You Save T-Shirt. So, dann kommen wir jetzt zu den aktuellen Rabatten. So, als erstes für Twitch Prime Mitglieder. Für die gibt es wieder eine 100%-Rückerstattung für den Hangar bei Lake Sanjedo und für den Bunker bei Lake Sanjedo. So, dann gibt es 80% auf den bewaffneten Thumbar, den ihr hier seht. Und 85% auf die gepanzerte Boxville. So, und halt wieder 10% auf die anderen rabattierten Artikel. Das wären einmal, es gibt 40% auf den Wiener 2000. Dann auf den Westblender, dann auf den Phantom Ridge und auf den Wanked Buggy, meinte ich. So, dann kommen wir jetzt zu den Südzeilen 3 Superauto Rabatte. Also, es gibt 25% auf den Winnie Easy Sport. So, dann gibt es 30% auf die Kani Skowuma, also hier diesen Geländewagen. So, dann gibt es jetzt zwei Fahrzeuge, die halt Halloween-mäßig aussehen. Und auf die gibt es 35% Rabatt drauf. Und zwar einmal hier auf den Ambien Winking Stain und auf den Albin Lutza, also auf diesen Leichenwagen. So, dann kommen wir jetzt noch zu den Legendaries Motorsport Rabatten. Es gibt 25% auf folgende Fahrzeuge. Einmal auf den Tourist Tarak, dann auf den Ines Boken Air, Obi 8F Drafter und Ines S80RR. So, dann gibt es noch 25% auf den Nakazaki Sotoro. So, dann gibt es noch 35% auf die Halloween-Masken. Und dann 30% auf den Ape-Tomater, auf den Höllenlosen Höllenboten und auf den Witwenmacher. So, das aktuelle Premium-Rennen ist hier. Und zwar erfahren Sie fort, das RC Bandito-Zeitren ist hier. Das ist, ähm, Zepoas Flat. Und das normale Zeitren ist hier hinten. Das ist, ähm, Calafia Way. Und ja, über, ähm, die Zeitrens, also über die RC Bandito-Zeitren, über die normalen, gibt es auch Videos auf meinem Kanal. So, jetzt werde ich euch nochmal, ähm, das Auto zeigen, was ihr aktuell im Casino gewinnen könnt. Und zwar, ähm, ist das kein Auto, sondern ein Motorrad. So, und zwar ist das die L... Das LZZ, ähm, Sanctus. Und zwar dieses Motorrad. Und ja, wie ihr seht, ist das auch ein Halloween-Motorrad. Und ja, wenn ich das Motorrad gewinne, dann werde ich darüber auch nochmal ein Video machen. Und dann war's das auch schon mit der Event-Woche. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Event-Woche findet. Und dann bin ich erstmal wieder raus. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen und über ein Like. Und ja, dann bin ich erstmal wieder raus. Ciao, Leute.